Drei ordentliche Mahlzeiten pro Tag und ein Privatzimmer für mich ganz allein, ohne dass ich dafür was zahlen muss. Das geht nicht nur hier, wo ich gerade bin, in Laos, sondern es geht auf der ganzen Welt. Wie das geht und wie ich mir auch meine Reisen im Allgemeinen finanziere, da verrate ich dir heute meine 8 Tipps. Und wenn du gerade dabei bist, deine Reise zu planen oder auch gerade noch mit dem Gedanken spielst, dann bleib auf jeden Fall dran. Hi, ich bin Dennis und ich freue mich, dass du den Weg auf diesem Kanal gefunden hast. In meinen Videos, da setze ich mich mit den Themen Minimalismus, Gemeinschaft und Reisen auseinander und stelle mir eigentlich immer so die Frage, wie wir es schaffen, in dieser verrückten Welt nicht den Kopf zu verlieren. Und so bin ich auch hier und da bereit, das eine oder andere Selbstexperiment über mich ergehen zu lassen und teile meine Gedanken und Erfahrungen hier in meinen Videos. Wenn du also interessiert bist an solchen Themen und mit dabei sein möchtest, dann abonniere sehr gerne den Kanal, das würde mich richtig freuen. So, jetzt geht es aber los. Noch einmal für längere Zeit auf Reisen zu gehen, das ist mein Traum, schon seitdem ich nach dem Abi nach Australien gegangen bin für mehrere Monate. Und fünf Jahre, ein Studium und eine Firma später habe ich es dann tatsächlich endlich angepackt und bin wieder unterwegs. Und machen wir uns nichts vor, Reisen, das kann manchmal ganz schön happig werden und ganz schön ins Geld gehen auf Dauer. Und deswegen ist es auf jeden Fall sinnvoll, sich ein, zwei Gedanken zu machen, wie sich das Ganze finanzieren lässt. Ich unterscheide im Folgenden vor allem zwischen der Finanzierung vor der Reise und auch während der Reise, so dass man also die ganze Zeit über, wo man reist, ganz gut klarkommt und nicht irgendwo in La Gomera auf der Straße sitzt und betteln muss. Vor der Reise. Und bereits im Voraus mit einem guten Polster starten zu können, braucht es natürlich Einnahmen. Und warum sagt der jetzt Einnahmen und nicht Jobben? Naja, es gibt auch andere Möglichkeiten, Einnahmen zu erzielen, die nicht mit dem Job direkt zu tun haben. Dazu aber gleich später mehr. Je nachdem, für wie lange du unterwegs sein willst und in welches Land du reisen möchtest, unterscheidet sich natürlich auch der Betrag, mit dem du am besten starten solltest. Und ja, ich weiß, man wird doch irgendwie oft gefragt, ja, mit wie viel bist du jetzt gestartet, Dennis? Es ist sehr schwer, das einzuschätzen, aber ich mache es heute trotzdem. Und wir können einfach mal von einer groben Einschätzung einer Backpacker-Weltreise ausgehen. Und wir gehen jetzt mal nicht davon aus, dass du jeden Tag über die teuerste Meile der Stadt flanierst und dir ein vergoldetes Steak bestellst, sondern vielleicht auch hier und da mal in Budgetunterkünften übernachtest. Für eine Backpacker-Weltreise sollte man also um die 1.000 Euro pro Monat einplanen für Verpflegung, Transport, Visum etc. Und mit 1.000 Euro kommt man eigentlich schon sehr, sehr gut hin, vor allem auch in Regionen oder in Ländern, in denen die Lebenserhaltungskosten nicht so hoch sind, wie zum Beispiel hier gerade in Laos oder auch in Thailand, wo ich zuvor war. Das heißt, in Südostasien kommt man damit auf jeden Fall sehr gut klar. Aber wenn es um Länder geht, die ein bisschen teurer sind, wie zum Beispiel Norwegen oder Japan, dann ist das schon so die unterste Grenze. Da würde ich immer noch mal ein Notgroschen einplanen. Und jetzt zum Beispiel für die drei, vier Monate Südostasien rechne ich so mit 4.000 Euro. Also es sind wirklich drei, vier Monate, circa 1.000 Euro pro Monat. Ein bisschen mehr plane ich hier ein, einfach damit ich so ein Backup habe. Und wenn ich ein bisschen weniger ausgebe am Ende, dann ist das ja auch nicht so schlecht. Dazu folgt aber auf jeden Fall noch ein Update hier auf dem Kanal. Erstens Job. Ich wusste schon Anfang des Jahres, also ein halbes Jahr im Voraus, dass ich wieder auf Reisen gehen möchte. Und habe deswegen zwei Jobs im Grunde gehabt. Der eine Job war, meine Firma zum Ende zu führen. Ja, die Chance hat jetzt nicht jeder. Und ein Teilzeitjob bei einem Startup in Berlin habe ich angefangen. Und das hat mir so um die 2.400 Euro netto im Monat eingebracht. Ich weiß, jetzt kann nicht jeder in zwei Jobs arbeiten und vielleicht auch nicht so einen hohen Verdienst direkt erzielen. Trotzdem ist es sinnvoll zu schauen, okay, wo lässt sich ganz gut Geld verdienen in kurzer Zeit. Und falls es einfach ein bisschen, ja, der Verdienst nicht so hoch ist, dann dauert es etwas länger einfach dieses Startpolster anzusparen und dann losstarten zu können. Zweitens Sparen. Ganz klassisch habe ich zudem eine Spardose benutzt. Das war wirklich so ein großes Glas, einen großen Pott, den ich schon in den letzten Jahren vollgemacht habe während meines Studiums. Und ich fand das tatsächlich immer sehr, sehr motivierend, ab und an einfach da mal ein paar Euros reinzuschmeißen. Das ist vielleicht nicht ein riesiges Startbudget, aber es kann ein kleiner Teil davon sein. Aber es geht vor allem darum, auch das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren und den Traum von der Reise an denen immer präsent zu haben. Deswegen stand die auch nicht irgendwo, weiß nicht, im Keller oder so, sondern wirklich präsent auf einem Ort, an dem ich vorbeigegangen bin. Und dann konnte ich ab und zu mal ein paar Groschen reinwerfen. Das heißt, das ist auf jeden Fall eine Idee, die würde ich dir ins Herz legen, irgendwo sichtbar eine Spardose zu platzieren. Da geht es dann eher um die symbolische Wirkung. Drittens, investieren. Ich versuche pro Monat so um die 150 bis 200 Euro in Aktien und ETFs zu investieren. Und tatsächlich hätte ich die ein oder andere Aktie auch vor der Reise verkaufen können. Und so kann man auch damit noch mal ein paar Einnahmen erzielen. Was ich aber gemacht habe, ist, sie einfach in meinem Depot zu lassen, weil ich auch so schon ganz gutes Polster ansparen konnte. Und jetzt eher eine langfristige Strategie zu verfolgen. Wenn bei dir die Reise aber zum Beispiel in ein, zwei Jahren oder so ansteht und du zum Beispiel Unternehmen hast, in denen du wirklich vertraust, dann lassen sich vielleicht in diesem Zeitraum auch gute Renditen erzielen und du kannst damit zusätzliche Einnahmen generieren. Und ganz ehrlich, teilweise ist es auch einfach besser als sparen, weil die Inflation, die frisst jetzt dein Geld auf und wird sogar eher tendenziell weniger, wenn es nur auf dem Konto rumliegt. Viertens, Besitz verkaufen. Vor meiner Reise habe ich mich im Rahmen des Minimalismus vor allem damit auseinandergesetzt, welchen Kram ich einfach loswerden kann. Und tatsächlich war relativ viel auch Kleidung dabei und Elektronik, die ich noch verkaufen konnte, bevor ich auf Reisen gehe. Und die habe ich bestimmt noch mal so um die 150, 200 Euro generiert. Beispielsweise über Ebay und Kleiderkreisel. Also das würde ich auf jeden Fall dir empfehlen, einfach viel loszuwerden von dem, was du nicht brauchst und wo es vielleicht trotzdem noch einen Wert gibt für jemand anderes. Jetzt kommt aber für mich der größte Game Changer. Der liegt nämlich in meinen Augen nicht in den Einnahmen, nicht zwangsläufig, sondern vor allem in den Ausgaben. Fünftens, Ausgaben. Bereits ein halbes Jahr vor meiner Reise habe ich ein wirklich kritisches Auge auf meine Ausgaben gehabt. Ich habe geschaut, wo kann ich Dinge sparen, welche Abonnements kann ich vielleicht kündigen. Also Stichwort Streamingdienste. Nutzt du die wirklich alle so intensiv? Prime, Netflix, Disney, was es da jetzt alles gibt. Schau dir das mal an, was du da vielleicht einfach kürzen kannst. Und tatsächlich habe ich auch versucht Miete zu sparen. Miete ist immer ein riesiger Brocken. Und deswegen bin ich bei meiner Freundin eingezogen und habe mein WG-Zimmer aufgegeben. Da konnte ich auch noch mal Miete sparen. Und all solche Dinge, all solche Maßnahmen, zum Beispiel auch ein Auto, das ist auch ein großer Kostenfaktor. Schaut euch an, wo kann man kürzen, wo kannst du kürzen. Und das bringt dich viel schneller an das Ziel, Geld zu sparen für deine Reise. Um zudem dein Reisebudget nicht aus den Augen zu verlieren, kannst du auch ein Unterkonto anlegen. Und wenn du eine Bank hast, wo das möglich ist, zum Beispiel bei der ING bin ich, da ist das möglich, da kannst du einfach ein kostenloses Unterkonto anlegen. Und dann kannst du schön das auch in den Augen behalten, wann du denn dein Reisebudget erreicht hast, mit dem du dann losstarten kannst. Mit dem Geld machst du dann auch nichts. Nicht mal einen Kaffee trinken, das ist dann wirklich nur für die Reise. Neben deinem Startpolster hängt der Erfolg und die Machbarkeit deiner Reise auch davon ab, wie du deine Reise während der Reise selbst gestaltest. Und das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Sechstens, Bedürfnisse. Was brauchst du wirklich? Wie weit du deine Bedürfnisse während des Reisens runterschrauben kannst, das bestimmt im Wesentlichen auch, wie lange du unterwegs sein kannst. Denn es gibt tatsächlich Möglichkeiten, ordentlich Geld zu sparen, zum Beispiel auch in heißen Ländern. Da ist es ja so, dass ein Zimmer mit Klimaanlage oft mehr Geld kostet als zum Beispiel ein Zimmer mit Ventilator. Und ich bin hier zum Beispiel auch gerade in einem Zimmer mit Ventilator und das funktioniert prima. Ich meine, mir ist warm, ich friere nicht, aber das kann auch mal ein paar Tage so in Ordnung sein. Vor allem, wenn die Zimmergröße in Ordnung ist. Das heißt, das ist mein Tipp, wenn es vor allem um solche Sachen geht. Zimmergröße beachten, dann kann man auch hier sparen. Wenn es ein sehr kleines Zimmer ist, dann brauchen wir auf jeden Fall eine Klimaanlage. Also auf solche Details auf jeden Fall achten und dann kann man da schon massiv Geld sparen. Vor ein paar Jahren noch, da bin ich auch immer relativ zügig durch die Weltgeschichte gedüst. Und es ging vor allem immer darum, möglichst viel zu sehen und zu machen. Tatsächlich bei einer zwei bis fünf wöchigen Reise ist das ja auch oft noch so. Dass man sagt, okay, was kann ich in dieser Zeit alles möglichst mitnehmen. Und daher ergibt das wahrscheinlich Sinn. Wenn man mal länger unterwegs sein möchte und auch kann, dann ist es eben schön, nicht mehr jeden Tag immer nur die Must-Sees und Must-Dos zu machen, sondern auch einfach mal das Ganze ein bisschen entspannter anzugehen. Und da verfolge ich jetzt seit einiger Zeit den Ansatz des Slow Travelings und versuche mich jetzt auch gerade hier in Südostasien mal damit, wirklich einfach ein bisschen Tempo rauszunehmen. Das ist vor allem deshalb so schön, weil man ganz anders mit den Menschen, der Kultur und dem Ort auch in Kontakt kommen kann. Ich würde sagen, Slow Traveling bietet eine tiefgreifende Erfahrung anstelle eines schnellen Erlebnisrauschs. Länger an einem Ort, dann wird es in den meisten Fällen günstiger, weil ja nicht mehr so viele Transportkosten anfallen. Und zum Beispiel gibt es auch bei Airbnb oft einen Wochen- und Monatsrabatt. Der ist nicht unerheblich, der kann auch mal bei 50 Prozent liegen. Also, wenn du länger an einem Ort bleibst, sparst du oftmals sehr, sehr viel Geld. Achtens, Work. Bist du bereit, unterwegs zu arbeiten? Gerade wenn man mehrere Monate unterwegs ist, möchte man das Polster vielleicht nicht direkt zu Beginn schon aufbrauchen. Und eine gute Möglichkeit ist hier zum Beispiel neben Couchsurfing auch Volunteer Work oder ein Workaway. Und das mache ich jetzt hier zum Beispiel gerade in Laos. Ich habe also hier eine Möglichkeit, in dieser Unterkunft zu bleiben. Kriege also das Privatzimmer gestellt, drei Mahlzeiten pro Tag und helfe dafür dem Gasthaus bei verschiedenen Tätigkeiten, die anfallen. Gerade ein bisschen Social Media, mache auch einen Image-Spot für die. Das heißt, das sind so die Möglichkeiten, vor allem auch über Workaway, Kosten zu sparen, weil die größten Kosten pro Tag sind ja meistens dann Essen und Unterkunft. Um nicht nur Geld zu sparen, sondern auch wirklich Geld zu verdienen, bietet sich auch Work & Travel an. Das habe ich 2016 in Australien gemacht, habe da wirklich die verschiedensten Tätigkeiten gehabt, von Kellner, Barkeeper, ich war auch Putzkraft und habe auf dem Bau gearbeitet. Wirklich mit dem Presslufthammer ineinander. Und das waren sehr viele verschiedene Tätigkeiten, wo man auch mal einen Einblick bekommen hat, okay, wie arbeiten eigentlich die Ossis? Das heißt, das ist eine coole Erfahrung auch gewesen, nicht nur um Geld zu verdienen, sondern auch zu schauen, okay, wie ist die Arbeitsmentalität von einem Volk. Als deutsche Bürger können wir ein Working Holiday Visum für Australien, Neuseeland, Chile, Israel, Japan, hat die schon Neuseeland? Kanada, Südkorea, Taiwan und Hongkong beantragen. Was natürlich auch viele gerade machen, ist das digitale Nomadentum. Einfach den Job mitzunehmen auf Reisen und dann vor Ort einfach zu arbeiten. Also dann mal irgendwo zwei, drei Monate auf Bali zu sein und dann zu überlegen, naja, kann ich nicht einfach meinen Job auch vom Laptop aus ausüben. Das ist natürlich nicht mit jedem Job möglich. Und ich persönlich bin gar nicht so ein großer Freund davon, auch wenn ich jetzt hier gerade auf meinen Reisen dieses Video aufnehme. Ich sehe das nicht so richtig als Arbeit. Aber für einen Arbeitgeber irgendwo zu arbeiten und feste Meetings vielleicht sogar zu haben, ich weiß nicht, ob das etwas ist, worin ich aufgehe. Weil wenn ich auf Reisen bin, dann möchte ich auch irgendwie vor Ort komplett aufgehen und mich einfach reinstürzen. Und ich habe das Gefühl, wenn man dann noch so seinen Job aus Deutschland hat und den einfach remote ausübt, dass man vielleicht hier und da mal nachmittags an den Strand geht, aber das nicht so eine intensive Erfahrung werden kann. Aber vielleicht liege ich da auch falsch. Vielleicht hast du schon andere Erfahrungen gesammelt oder kennst jemanden, der andere Erfahrungen gesammelt hat. Dann würde ich das gerne mal wissen. Schreib mir das auch unten in die Kommentare. Und jetzt gibt es zuletzt noch einen kleinen Geheimtipp von mir. Tipp Nummer 9. Trete WhatsApp-Gruppen bei. So gut wie für jedes Land gibt es eine WhatsApp-Gruppe. Wahrscheinlich viele WhatsApp-Gruppen da draußen von aktuellen Reisenden, die unterwegs sind und nur auf der Suche sind nach Informationen und auch anderen Reisenden. Und von diesen WhatsApp-Gruppen habe ich vorher gar nichts erfahren. Ich dachte, so etwas gab es immer nur auf Facebook. Zu meiner Zeit war das noch so. Vor sechs Jahren, da wurden noch Facebook-Gruppen genutzt. Also das gerne noch mal auschecken, falls du noch einen Account hast. Und tatsächlich ist es jetzt so, dass es auch WhatsApp-Gruppen ganz viel gibt zu den Ländern einfach. Also jetzt gerade bin ich in einer WhatsApp-Gruppe, die heißt einfach Laos. Dann eine andere, die heißt Vietnam, Kambodscha. Und von diesen Gruppen habe ich erst während des Reisens erfahren und auch einen Einladungslink von anderen Reisenden bekommen. Du kannst natürlich versuchen, von Leuten, die gerade unterwegs sind, schon einen Einladungslink zu erhalten. Ansonsten wirst du das aber auf jeden Fall auch auf Reisen mitbekommen, welche WhatsApp-Gruppen es gibt. Auf jeden Fall kann das eine richtig spannende Sache sein, weil gerade wenn du allein unterwegs bist, aber auch als Paar kann es super sinnvoll sein, für gewisse Touren oder Strecken sich einfach zusammenzuschließen, um die Kosten zu sparen. Und hat natürlich auch den super schönen Nebeneffekt, dass man sich einfach direkt mit anderen Reisenden vernetzt. Superschöne Sache, kann ich nur empfehlen. So, meine Damen und Herren, das war jetzt das volle Package an Tipps und auch meinen Erfahrungen zum Thema, wie finanziere ich mir meine Reisen. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen und ja, jetzt auch vielleicht doch deine Reise etwas näher und wird etwas konkreter. Es ist wichtig, auf diesem Weg die Reise nicht aus den Augen zu verlieren. Also mach dir eine schöne Spardose, bastel die oder gestalte sie und stell sie dahin, wo sie erreichbar ist. Und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß, wenn es auf Reisen geht und wir sehen uns auf jeden Fall hier schon sehr, sehr bald wieder auf diesem Kanal. Bis bald, dein Dennis.